Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute ein neues Tabak Review für euch und zwar dreht sich es heute um den Smoker Extra. Ich hatte ja letztens schon den Tradimin bzw. den Traubeminze von Smoker und war sehr überrascht. Also die ganze Zeit habe ich immer behauptet, eine fertige Traubeminze kann keine Traubeminze sein und war es ja auch nicht ganz, aber war ziemlich gut. Schaut euch da gerne das Video an, falls euch der Traubeminze interessiert. Aber ich war so positiv von Smoker Tobacco überrascht, dass ich dachte, ich probiere mal noch einen weiteren und habe mir da den Extra ausgesucht. Bevor ich euch aber mehr über den Extra erzähle, würde ich sagen, zeige ich euch erstmal, wie ich das Ganze gebaut habe. So, kommen wir jetzt erstens mal zum Kopfbauer. Ich habe hier schon das Döschen offen von dem Smoker Extra. Online steht er irgendwie noch oft als Smoker Extra Citro. Ich habe jetzt hier aber garantiert nur Extra. Ich glaube aber, dass das tatsächlich einfach dieselbe Dose ist bzw. dieselbe Sorte ist. So, das Ganze haben wir einmal umgerührt. Schnitt und Feuchtigkeit sehen wir. Der ist normal, würde ich sagen. Also wir haben hier und da mal ein kleines Ästchen, aber von der Blattgröße her finde ich es eigentlich relativ angenehm. Wir gucken gleich mal, wie es ist, wenn wir den Kopf bauen. Aber so sieht das hier auf jeden Fall aus. Das Kopf schnappen wir uns den Alpaca Huacaya im Colorway Konfetti. Einfach ein wunderschöner All-Time-Classic und der passt gut zu der Pfeife, die wir gleich benutzen werden. Aber das werdet ihr dann gleich noch sehen. Wir schnappen uns immer locker, fluffig ein bisschen Tabak auf unsere Gabel und packen das dann erstmal in den Kopf, bis alles voll ist. Beim Schnitt denke ich, könnte der höchstens in sehr kleinen Köpfen ein paar Probleme machen, aber wenn ich das Ganze jetzt hier in dem Huacaya baue, da ist das gar kein Problem. Aber da ist natürlich auch gut viel Platz. Und ich denke, das sollte auch in kleineren Köpfen kein Problem sein. Dann hier und da noch eine kleine Stelle ausbessern, wo ich noch ein bisschen mehr Tabak haben will, sodass da noch ein bisschen mehr Kontakt ist. Und so müsste das passen von der Tabakmangel. Dann gehe ich einfach nochmal mit der Stecherseite hin. Ich versuche nicht großartig anzudrücken. Ich will nicht, dass das Ganze hier irgendwie eine super dichte Masse wird oder so. Ich versuche das einfach nur noch ein kleines bisschen angenehm zu verteilen. Gucke, dass jetzt nichts komplett über dem Funnelloch hängt und gucke, dass nichts außen drauf liegt auf dem Rand, wo dann die Smokebox drauf liegt. So, dann gehe ich noch einmal außen eine Runde um den Rand, um da auch wirklich sicherzustellen, dass wir da kein Tabakblättchen haben, was da außen drauf liegt. Das könnte dann natürlich unangenehm sein, wenn dann da die Smokebox drauf liegt und dann verbrennt das. Schnappen wir uns noch ein Ceva, gehen hier einmal eine Runde rund rum und dann sind wir auch schon fertig. Dann können wir hier noch unsere Smokebox drauf packen und wir sind ready to go. Ja, Kopfbau habt ihr gesehen. 17,90 Euro kostet das Ganze. Noch, denkt dran, ab nächstem Jahr oder im Laufe dieses Jahres werden die Preise wahrscheinlich hoch gehen, weil ab dem 01.01. kommt ja die Zusatzsteuer drauf. Gibt es auch nochmal ein extra Video zu, falls ihr euch das angucken wollt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Aber im Moment kostet das Ganze noch 17,90 Euro für 200 Gramm. Schnittfeuchtigkeit habt ihr ja auch schon gesehen. Ist gut feucht, aber nicht zu feucht. Also keine überschüssige Molasse in der Dose oder so. Das passt alles. Vom Schnitt her würde ich sagen, könnte er für mich noch ein kleines bisschen feiner sein. Wenn man ihn jetzt aber in größeren Köpfen wie bei mir zum Beispiel gerade den Huacaya baut, dann ist das Ganze kein Problem. Wenn ich das Ganze jetzt in einem, weiß ich nicht, ATH Modell L bauen würde, also so einen Kopf mit so einer kleinen Lippe oder sowas, oder sowas wie die Mami Bowl, könnte das schon ein kleines bisschen fummelig sein. Aber wie ich auch immer sage, zu grober Tabak ist nie ein Problem. Da geht man einfach kurz nochmal mit der Schere dran. Zu feinen Tabak kriegt man nie wieder gröber. Deswegen ist es mir eigentlich lieber, wenn er erstmal ein Ticken zu grob ist und ich den dann im Notfall, wenn es wirklich zu schlimm ist, mit einer Schere gerade nachschneiden kann. Bei dem Tabak habe ich aber nicht nachgeschnitten. Also der war noch genau so, wie der eben aus der Dose rauskam. Das war tatsächlich auch das erste Köpfchen aus der Dose, weil die letzte Dose habe ich vielleicht zu schnell weggeraucht, als dass ich da noch hätte ein Video zu machen können. Aber ich habe jetzt eine neue, deswegen können wir jetzt auch das Tabak-Review machen. Ja, Kopfbauschnittfeuchtigkeit habt ihr gesehen. Ich würde sagen, ich rieche mal dran und versuche den mal so zu beschreiben, was das Ganze ist. Im Internet habe ich nachgeguckt, was das Ganze sein soll. Da steht eigentlich immer nur Zitrone und Cooling. Und vom Geruch haben wir da eine schöne, saure, spritzige Zitrone mit ganz leichten, süßen Untertönen, aber eher in die saure Richtung, was ich mal sehr, sehr geil finde. Cooling, ja, riecht man auch raus, aber eher ein kleines bisschen, würde ich sagen. Also vom Geruch her auf jeden Fall nicht zu viel Cooling, was ich immer ganz geil finde, weil zu viel von diesem neuen Minz- und Mentholersatz-Cooling-Zeug finde ich auch nicht geil, weil es oft dann irgendwie so einen komischen Beigeschmack hat. Deswegen ist das, glaube ich, besser, dass da nicht so viel von drin ist. Aber Geruch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, Rauchwolkentest. Denkt dran, die Rauchwolken bzw. eure Rauchentwicklung hängt natürlich davon ab, wie ihr das Ganze baut, in welchem Setup ihr das baut, wie viel Hitze ihr gebt und so weiter. Das ist nicht nur der Tabak, aber natürlich irgendwo auch der Tabak. Wo ich hier gerade den Raketenstart gemacht habe, noch zwei, drei Worte zum Setup. Ich rauche die rosé-goldene, einzigartige Edition 4 von der E.ON auf der Frosted Bowl. Kopf habe ich ja schon gesagt, Alpaca, Hua, Konfetti. In Kooperation Alpaca und Somo zusammen, Carlout Lotus 1 Plus obendrauf, der ganz normale, also der silberne. Und drin ist der Smoker Extra. Ich denke, die Rauchwolken sprechen für sich. Da kann man sich nicht beschweren. In dem Setup läuft das Ding wunderbar. Hatte auch mit Smoker im Funnel niemals Probleme. Also läuft wunderbar mit Carlout. Und die Rauchwolken auch 1A. Hat auch nie gedrückt, nie gekratzt, zu keinem Zeitpunkt. Nikotine ist Virginia-mäßig. Relativ normal, würde ich sagen. Der nächste und wichtigste Punkt auf unserer Liste ist natürlich der Geschmack. Wie schmeckt das Ding? Für mich eine relativ besondere Zitrone, weil auch wenn im Geruch noch so leichte, süße Noten mit dabei waren, finde ich, sind die fast komplett weg, wenn man den raucht. Man hat zwar beim Einatmen so ein leicht süßes Gefühl im Mund, beim Ausatmen ist es aber wirklich eine schöne, saure und leicht kühle Zitrone. Und da ist eben für mich auch der Punkt, wo sich der Smoker Extra von anderen Zitronentabaksorten ein bisschen abhebt. Der Extra ist für mich, und das klingt jetzt erstmal irgendwie negativ, ist aber gar nicht so gemeint, wie ein Zitronenwasser. Also schon so ein bisschen wie Zitronenlimo, aber eben niemals so süß. Eher wie so, als ob ihr halt so einen Zitronensaft habt, den man ein kleines bisschen mit Wasser verdünnt, weil es nicht so krank intensiv ist, wie purer Zitronensaft eben wäre. Aber für mich ein sehr, sehr leckeres Ding. Relativ natürliche Zitrone, schön saure Zitrone und nicht so viel Süße, aber genau so viel Süße, dass das Ding eben nicht zu sauer wird. Cooling ist gut getroffen, er hat schon so eine leichte, kühle Note, aber wie gesagt, also wie das auch im Geruch war, auf jeden Fall nicht zu viel, dass das irgendwie unangenehm mitschmecken würde oder dass das ganze Ding zu kalt werden würde. Für mich ein sehr gelungener Zitronetabak, der da ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, weil es für mich vielleicht sogar die natürlichste Zitrone ist, die ich im Moment auf dem Markt kenne. Auf jeden Fall ein nicest Teil, falls ihr den schon probiert habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat und dann bis zum nächsten Mal.